Es sind so wunderbare Worte, liebe Schwestern und Brüder, die uns der Apostel Paulus heute schenkt. Dass wir den Schatz des Glaubens, den Schatz des Evangeliums, dass wir zu Christus gehören, dieses unendlich Wertvolle und einzig Wichtige in unserem Leben, dass wir es aber in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Paulus ist der Erfinder dieses Wortes. Man hat noch überhaupt keine antike Parallele gefunden. Sonst forscht man ja immer und sagt, der Paulus ist nicht so innovativ. Hier aus einem tiefen Erleben heraus, aus einer tiefen geistlichen Erfahrung heraus spricht Paulus, wir tragen dieses Wertvollste unseres Lebens in zerbrechlichen Gefäßen. Um das dann deutlich zu machen, was es bedeutet. Es gibt eine Kraft in uns, die von Gott kommt, die nichts und niemand zerstören kann. Eine Stelle im Römerbrief, wo er sagt, weder Engel noch Mächte, noch Thronen noch Gewalten, weder in der Höhe noch in der Tiefe, nichts kann uns von der Liebe Christi scheiden. Hier ist das ganz ähnlich. Wir werden von allen Seiten in die Enge getrieben. Jeder flickt uns am Zeug herum. Aber wir verzweifeln nicht. Es ist eigentlich immer ein Paradox. Wir wissen nicht ein noch aus, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden gehetzt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt, aber nicht vernichtet. Denn, und das ist die eine Seite der Zerbrechlichkeit, wir tragen das Todesleiden Christi, wohin immer wir gehen. Und wenn wir dieses Todesleiden Christi nicht an unserem Leib tragen, ist unsere Verkündigung falsch. Wir tragen immer, wohin wir kommen, das Todesleiden Jesu an unserem Leib. Aber das ist nur die eine Seite. Zu ihr gehört immer die andere. Und wir sehen das auch in der Frömmigkeitsgeschichte, in der Ausübung der Religiosität. Immer da, wo zu viel Kreuzes Theologie, Kreuzes Frömmigkeit ist, aber die Seite der Auferstehung fehlt, ist etwas falsch. Es ist einseitig. Es ist nicht christlich. Wir tragen das Todesleiden an uns. Wir können es aushalten, damit das Leben Jesu an uns offenbar wird. Denn er ist der Lebendige. Gerade die westliche Theologie ist immer in der Gefahr, sozusagen die Realität des Kreuzes. Da haben wir etwas, woran wir uns halten können. Und gerade neuere Theologie mit der Auferstehung, wissen Sie nicht so viel anzufangen. Das ist verhängnisvoll. Aber hier berühren sich moderne Theologen mit einer Frömmigkeitsecke, die man eher als konservativ betituliert. Obwohl sie das nicht ist, denn sie bewahrt nicht das Eigentliche. Wir sehen, immer sind es die Extreme, so unterschiedlich sie zunächst von außen aussehen, sind sie doch gleich. Es ist nie die gesunde Theologie, die uns ein Paulus vermittelt. Es ist die Erfahrung der Zerbrechlichkeit. Es ist die Erfahrung der Zerbrechlichkeit, die uns unmittelbar in das Erleben der Auferstehung führt. Weshalb man diese Kirche, weshalb man die Kraft Christi, das Leben der Auferstehung, nicht zerstören kann. Seit zwei Jahrtausenden versucht man es. Man versucht es von außen und man versucht es von innen in der Kirche. Aber es ist nicht zu zerstören, denn es ist nichts Gemachtes, nichts Menschliches, nichts Eingebildetes, sondern es ist die Kraft Gottes, die sich hier zeigt. Sowohl im Kreuz, im Todesleiden Jesu und vor allen Dingen in seinem Leben. Jeder Eucharistie erinnert uns daran, dass es beides ist. Dass wir mit Christus hineingezogen werden in sein Leiden, in sein Zerbrochenwerden, um genau darin das Leben der Auferstehung zu finden.